Ihr kennt vermutlich alle das Standard-High-Plugin von FL Studio und das ist der Fruity Reverb 2. Das ist so ein bisschen das Tool, womit so die meisten arbeiten, die eben FL Studio nutzen, wenn sie eben kein externes High-Plugin benutzen. Und das zeige ich euch mal ganz kurz hier, das kennt ihr vermutlich alle, nichts Neues. Prinzipiell das hier ist der Fruity Reverb 2. Ich muss sagen, mit einer der besten Stock-High-Plugins, die ich jemals gehört habe, gerade auch aus anderen DAWs habe ich mir immer den High angehört, ich muss auch sagen, ich kenne echt gute High-Plugins, aber ich muss sagen, der Fruity Reverb 2 ist schon ein sehr angenehmes High-Plugin. Obwohl es jetzt für mich persönlich der Nachteil gewesen, für einen einfachen Hall-Effekt finde ich dieses Tool auf jeden Fall super, aber gerade für ein bisschen komplexeren High, also wenn ich meinem Sound so ein bisschen mehr Textur verleihen möchte, nutze ich ein anderes Tool. Das hier ist so ein bisschen mehr einen relativ gewöhnlichen High-Sound, den wir da eben hinzufügen. Und wenn wir eben wollen, dass der High ein bisschen spezieller klingt, ein bisschen mehr Textur, ein bisschen mehr Farbe mit zu unserem Original hinzugibt, dann schauen wir uns jetzt mal das neue Plugin an. Und zwar gehe ich hier auf Replace, suche mir dann mal in der Delay und Reverb-Sektion den Fruity Convolver. So, denn das hier ist, ja, letztendlich auch, so wie wir es eben nutzen, ein Hall-Plugin, was standardmäßig mit FL Studio schon dabei ist. Ja, also das Plugin ist für FL Studio konzipiert. Es gibt aber auch andere Convolver noch für externe DAWs. Im Notfall muss eins von einem Drittanbieter erworben werden, aber prinzipiell haben sie alle dieselbe Funktion. Ja, im Vergleich zu unserem ersten Hall, also den ich gerade gezeigt habe, das ist ein algorithmischer Hall. Und dieses Tool hier, das ist eben ein Convolver. Zum einen haben wir hier eine Aufnahme. Hier hört es schon so ein bisschen, das klingt wie so ein Schlagen in so einer Kathedrale vielleicht oder in so einer großen Kirche vielleicht. Das hier sind Soundaufnahmen. Das ist hier eine echte Aufnahme, die mal gemacht wurde. Und diese nutzen wir, um eben unseren Hall zu kreieren. Das heißt, der Convolver, der fightet letztendlich unser Hall-Signal, also hier diese Impulsemfort, die wir eben aufgenommen haben beziehungsweise schon zur Verfügung gestellt bekommen haben, mit unserem originalen trockenen Sound. Das Ganze werde ich euch gleich nochmal zeigen. Bevor ich euch das zeige, möchte ich euch aber noch sagen, was der noch für Funktionen hat, die vielleicht ganz praktisch sind. Zum einen haben wir hier die gewöhnlichen Dry- und Wet-Regler. Für alle, die es nicht wissen, der Dry-Regler ist letztendlich hier unser trockenes Eingangssignal. Und der Wet-Regler ist letztendlich das Hall-Signal, das reine Hall-Signal. Der heißt logischerweise, wenn ich jetzt hier den Dry-Regler runterdrehe, habe ich nur den Hall und kann den hier regulieren. Und wenn ich den Dry-Regler hochdrehe, habe ich hier von meinem Trockensignal, wenn ich den Wet-Regler runterdrehe, habe ich jetzt ein reines Signal ohne den Hall. Wenn ich den hochdrehe, kann ich mir Hall hinzumischen. Wir haben hier einen Stereo-Regler. Der ist super praktisch. Und zwar können wir damit sagen, okay, ich will meinen Hall ein bisschen weiter mittig platzieren oder eben weiter außen, also ein bisschen Stereo, ein bisschen breiter machen, sozusagen. Wir haben hier ebenfalls eine Delay, ein Self-Convolution-Regler, wo ich sagen muss, der hat mir tatsächlich persönlich noch gar nicht so viel gebracht. Also ich habe ihn nicht wirklich oft genutzt, genauso wie die Stretch-Funktion. Damit können wir unseren Hall eben kürzer oder länger machen. Ich würde euch dann jedoch empfehlen, eine längere Impuls-Ampfort zu nutzen, anstatt das Ganze zu stretchen. Müsst ihr mal schauen, wie das von der Qualität passt. Wir haben hier einen richtigen Ecolaser im Hall-Plug-In. Ich finde, das ist super praktisch, weil wir eben sagen können, okay, der Hall soll vielleicht hier so einen kleinen Boost bei 1000 Hertz bekommen oder wie auch immer. Das können wir hier mit diesem Ecolaser eben festlegen. Und ich finde, das ist super, super praktisch, weil wir das zum Beispiel in dem Standard-Hall-Plug-In nicht direkt im Plug-In mit verbaut haben. Kommen wir mal wieder zurück auf die Impuls-Ampforten. Falls ihr euch fragt, okay, was kann ich mir da vorstellen, wie kann ich da an die Sache rangehen? Also angenommen, du öffnest jetzt dieses Tool hier, dann kannst du hier auf Default-Game bzw. auf den Preset-Manager und jetzt sehen wir hier alle Presets, die es dafür gibt. Du siehst schon, es gibt eine ganze Menge an Presets. Nicht unbedingt immer Hall, aber größtenteils haben wir eben Hall-Aufnahmen. Das sehen wir hier zum Beispiel unter den Reverb-Devices. Dort können wir jetzt einen beliebigen Hall auswählen. welcher dann direkt als Preset in unseren Convoiver geladen wird mit der entsprechenden Impuls-Ampfort. Wie wurde das Ganze gemacht? Man hat sich beispielsweise in einen Raum gestellt, hat dann eben so ein kleines Klicken oder vielleicht sogar ein Schnipsen oder Klatschen eben aufgenommen und davon dann diese Hall-Fahne mit einem Mikrofon eben aufgezeichnet. Das Ganze wurde dann hier in diesen Convoiver reingezogen und somit können wir jetzt den originalen Hall, der auch mit dem Mikrofon in diesem Raum aufgenommen wurde, in unser Studio sozusagen reinziehen und eben für unsere Sounds verwenden. Ich zeige euch mal das Ganze kurz an einem Soundbeispiel, sodass ihr euch darunter ein bisschen was vorstellen könnt. Das hier ist jetzt übrigens der standardmäßige Default-Hall beziehungsweise das Default-Preset von unserem Convoiver, wenn wir ihn einfach nur reinladen. Natürlich haben wir auch die Möglichkeit, ein anderes Purset zu nehmen. Ich lade mal ein anderes rein, damit ihr euch noch ein paar Beispiele einfach holen könnt. Der Vorteil an diesem Ico-Laser ist, wir können einfach nur unser Hall-Signal mit dem Ico-Laser bearbeiten und nicht das ganze Signal. Das ist super praktisch. Zum Beispiel kann ich sagen, okay, ich möchte den Hall eben eher, ich ziehe einfach an diesem Regler, eher in den Höhen haben. Ja, so zum Beispiel haben wir jetzt einen düsteren Hall-Sound und ihr seht schon, ihr könnt euren Hall eben beliebig anpassen und so wirklich den Hall kreieren, den ihr eben haben wollt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mit diesem Tipp weiterhelfen und ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Schreibt mir mal gerne eure Erfahrungen und euer liebstes High-Plug-In in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.